Star-Sprangle Banner kennt ihr. Und was ist denn jetzt aber auf einmal das hier für eine Flagge? Das ist der Vorgänger von dem Star-Sprangle Banner. Und das ist die Flagge der British East India Company. Das ist eine private Gesellschaft. Das ist die Hochfinanz. British East India Company. Die hatten diese Flagge, hier mit den rot-weiß-roten Streifen. Die Schule, dort habe ich gelernt, ja, die Bedeutung der Uhr. Das hat man mir erzählt und den Schülern erzählt. Guck mal, diese Streifen hier, das sind 13 Streifen, diese rot-weißen. Und die stehen für die 13 Gründungsstaaten der USA, also an der Ostküste, die neue Englandstaaten, wenn du willst. Die weiteren Mythen, ja, mit den Sternen und Blau und so weiter und die Farben der Freiheit. Aber jetzt warte mal einen Augenblick. Ich meine, diese British East India Flag, die ist wesentlich älter. Und die war über Jahrhunderte im Gebrauch. Die hat auch schon diese 13 Streifen. Dann ist doch diese Geschichte, die sie einem in Amerika zählen, totale Folklore. Offensichtlich, dass aus dieser Flagge, diese Flagge wurde. Das ist nicht, auch da wieder, diese amerikanische Flagge, die Stars and Stripes, wo in Amerika Leute so patriotisch sind und so drauf gehen. Aber ist sie denn wirklich des Volkes? Nein, ist es nicht. Das ist keine Volkswahn. Es repräsentiert auch nicht das Volk. British East India Company. Ja, das ist echt interessant, was man da für Toral aufmacht. Ja, und jetzt noch das Ding, wie hat sich denn dieses komische Wikinger-Schiff da hier noch reinverirrt? Das ist ja wohl ein Joke, oder? Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Tatsächlich, diese rot-weiß-roten Streifen, der East India Company, die lassen sich zurückführen bis auf das verdammte Segel von den Wikingern. Wer waren denn überhaupt die Wikinger? Das ist auch ein Thema, wo wir mal intensiver reingehen könnten. Die Vikings, welche Kings waren denn das denn überhaupt? Und wie kommen die zu ihren Farben? Aber was jetzt hier diese Linie ist, warum das die verbindet, die Wikinger oder auch Normannen, wie man sagt, die haben eine wichtige Rolle auch gehabt bei der Entstehung von England. Die Normannen waren da auch von Anfang an mit dabei so. Und das ist das alte Symbol sozusagen für Freibeuterei. Das waren die Freibeuter, die Normannen. Also unter diesen Farben sind sie losgezogen, das waren Freibeuter. Wenn die mit der Drachen, mit dem Segel kamen, wusstest du, hier wird das nicht verhandelt. Ich meine, die Wikinger waren auch Kaufleute, aber sie waren eben auch Freibeuter. Und das ist so ein altes Symbol von Seemacht. Von Seemacht und Piraterie und Freibeuterei. Von den Wikingern über die British East India Company bis zur American Flag. Aber uns erzählen sie was von den, ja, hier die 13 Gründungsstaaten. Oder bei der Tricolor erzählen sie uns vom Stadtwappen von Paris. Diese Flaggen haben nichts mit dem Volk zu tun. Das ist wirklich, was mir ganz wichtig wird zu verstehen. Diese Flaggen sprechen eine ganz andere Sprache. Überhaupt. Wer hat denn eigentlich schon immer mit so Flaggen-Codes gearbeitet? Mit Codes und Wappen. Überhaupt schon das Wort Wappen. Da ist es schon zu hören. Wappen, das kommt etymologisch, also Sprache von der Wurzel her, hat das was zu tun mit Waffe. Mit Waffen. Im Englischen heißt Wappen Code of Arms. Code of Arms. Arms, das sind Waffen. Das ist der Waffenschlüssel. Alle Arten von Wappen gehen zurück auf, sind Herrschaftssymbole. Sie gehen zurück bis in die Ritterzeit. Das ist ein Symbol von Waffenträgern. Und das ist eben genau nicht das Volk. Weil tatsächlich diese Frage, ob du eine Waffe tragen kannst, was auch heute noch so ein großes Thema ist. Und diese Frage ist eine der zentralen Forderungen gewesen, so im 19. Jahrhundert, dann in der Revolution, also hier deutscher Vormärz und so weiter. Einer zentralen Forderung war die Bewaffnung des Volkes. Weil es nämlich wirklich eine lange Tradition hat, dass das Recht, eine Waffe zu tragen, bestimmt überhaupt erst Freiheit. Das definiert überhaupt erst den Freiherrn. Ein Freiherr, ein Ritter, ein Adliger durfte eine Waffe tragen. Ein Leibeigner, ein Bauer eben nicht. Das ist genau der Unterschied. Das ist wirklich die Definition von einem Freiherrn, das Recht, eine Waffe zu tragen. Und daraus entwickeln sich dann diese Wappen, die Code of Arms. Und aus diesen Code of Arms entwickeln sich auch diese ganzen Farbcodes, mit denen man wieder irgendwas weiterreichen will. Aber ich möchte ja darauf hinweisen, das kommt nie aus dem Volk. Das kommt immer von der Herrschaft.